Gute Nacht Leute und Willkommen bei Minecraft Adventure Maps Folge, keine Ahnung welche Folge das ist, ist ja auch egal. We are back. Wir sind wieder hier bei dieser Kack Challenge. Genau. Ich wollte, dass wir die Map einmal neu gestartet haben, weil ein paar Sachen kaputt gegangen sind und deswegen ist ja auch nicht das Glas kaputt. Ja schon. Leg das ja auf. Bist du ein Huren so schnell wie letztes Mal. Da kotzt mich das gerade an. Eben habe ich das einmal nur alles hier getestet und habe es direkt hinbekommen. Also hier den ersten Sprung. Ach ja, ja. Kannst du meine Modder erzählen ey. Ja, erzähle ich alles oder? So. Ey Gottverdammter. Ey Mann ey 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 ey. Aber ich weiß jetzt wie der erste Sprung funktioniert. Wie denn? Weiß ich nicht. Ich spring einfach immer an die Ecke, muss ich springen. Muss ich vorher nicht. Vorher bin ich einfach immer noch auf den Block gesprungen. Oh Gott! Oh Mann ey ey, ich spring einfach schon wieder nicht. Das sind wir so belastend. Aber wenn das jetzt klappt, so wie ich es gerade gedacht hatte, dann weine ey. Oh, es klappt echt hakenhart. Ne, bei mir nicht. Ich bin ein Noob. Reik, jetzt gehen wir nicht auf die Eier ey. Na come on, Alter. Ne, jetzt will ich nicht mehr weiter. Jetzt will ich irgendwie nicht mehr wieder. Ich will gleich nochmal hier, Alter. So wie ich es da vorne versucht habe. Die Ecke springen, alles klar. Das ist Willen, Alter. Ich bin ein Abfall, Alter. Alter, ich glaube Niklas packt es. Aber jetzt kommt die Eier, scheiße. Nein, ich habe es nicht gepackt. Ich habe es nicht gepackt, verdammt. Oh Niklas, ich brauche da keinen Druck auf. Oh nein, Niklas hat es gemacht. Ja, du hast es gemacht. Das hat er ja. Du hast es gemacht, Digga. Alter, was ein Hurensohn, ey. Ja, er hat es wirklich gemacht. Ich werde durchgedreht, wäre ich da runtergefallen. Erstmal nach. Oh ja, Digga, du hast es wirklich gemacht. Nein, das kann nicht sein. Jetzt ist es wirklich... Er wollte... Er wollte schon ganze Zeit Erster, sondern es ist ja sogar der Erste, Alter. Das ist, ähm, unverdient. Alter, Maul. Digga, ich komme jetzt zu dir. Jetzt. Ey, Mann, laber nicht. Laber nicht. Komm, Tim, kack ab, kack ab. Das kann nicht sein. Immer bei diesem Strunk, ey. Letzte Aufnahme, da habe ich da auch... War ich da viermal oder so? Jetzt rocket das schon wieder, ey. Man, ich könnte schon wieder... Beziehe nicht. Das kann nicht cheaten. Wie denn, ey. Das Game-Mode. Und? Ja, Niklas, wir cheaten nicht. Ich hab' gar'n mal. Och, Niklas, verpisst dich. Rotini! Rotini! Hast du das Rektion bei drin? Nee, das hab' ich drin. Rotini! Ich hab' den ersten gesprungen. Boah, Niklas, ey. Jetzt hör' auf, ey. Ich will das jetzt machen. Alles klar. Ach, ne? Ich hab' ihn weg, einfach. Schick' euch! Schick' euch! Tim verkack' alter. Verkack' alter. Verkack' alter. Ach, klar, Alter. Oh, jetzt fängt mein Game an zurück. Weißt du, ich hasse es, ey. Wieso geht das denn jetzt schon wieder? Oh, ich dachte, was fuckt mich haben ab, Alter. ich kann es sein leichteste sprung als da war damit leute ich muss kurz die aufnahme stoppen ja okay weiter geht's so die könnten nicht verkacken die kantin nicht verkacken kann man nicht verkacken die leiter die sichert dich durch einmal schiff dann alter guru hat das ist am arsch hat es gemacht digga oh man die ja ich krieg den ersten verfickten jump nicht hin jetzt geht's los ja also bei mir könnte jetzt mal fünf minuten warten die zehn ich sag sogar 30 minuten der junge die den vorletztens habe ich voll rumgeheult dass ich das ja das nicht geschafft hat jetzt haben wir den instant hinbekommen was ist nacht im time set night stimmt geht das auch ja dann geht das ja auch wieder oder geht das ja auch geht schade morgen geht nicht mann ich habe kein wort mehr leute ich glaube ich kann das kannst du nicht überspringen das muss ich überspringen einfach ich kann es nicht überspringen das war wir schon fertig haben kannst du es nicht mehr überspringen wir haben hier oben jetzt erstmal ein haus ob wir mal ein blöck dazwischen alter ich war da passiert auch du kannst du darfst wenigstens hier beim anfang will wenn du wenn du wirklich aufgeben wird aber gebe ich dir eine eine hilfe und zwar dass du hier am anfang noch ein blöck kriegst was die einzige hilfe die du kriegst er ist so nett von dir sogar da ist weil ich erst mal ohne ich mach das mal mit dem shader hier an so Junge jetzt kann ich da gut ne hilfe gebrauchen man ja reich jetzt musst du aber den machen Pechkab ne der shader scheiße hab ich wenig frames mach an ne Junge reich wieso kann man auf deinem server keine tiere spawnen weil ich es ausgestimmt hab doch kann man also keine tiere geht okay aber dieses gegen villager ging auf jeden Fall und ich hab so alles mögliche fast ausgestellt gehabt ne man Junge der ist so behindert der Sprung doch fand ich diese epische Musik die mir hinter meinem in der Minecraft läuft alter das geht einfach weiter weil ich ja Autoplayern hab auch Junge ja du bist ja auch mit dem Dienstwagen ey ja ich muss gleich so legen können nein 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 jetzt kann ich mich nicht mehr drunken jetzt schon nicht das war's weg ja jetzt meck ich jetzt meck ich jetzt meck ich ich meck ich ich meck es jetzt ich meck es ich bin ein Schadens-Tank benutzt in Temmel ey ich weiß warte ich benutzen jetzt aber ich hab nur noch 30 FPS alter das fackt gerade richtig ich hab immer so nen Block da drin tut mir leid reich warte ich machs wieder weg boah Junge jetzt bin ich immer noch runtergefallen man bin ich weiß also da ja das FPS lag bei mir auch ich bin Schadens-Tank ja markst schon mann ich bin mir leid Bufi Alter der Server rum lag ich glaube reichs Internet lag oh der Server ist glaub ich tot ach warte du ich gucken wir mal reichs ping an auf dem Team speak Ja, das läuft ja schon mal gut zum Anfang, wa? Okay, Rexping wird mir gar nicht angezeigt. Niklas, bist du noch da? Ich bin noch da, meine Damen und Herren. Rexping wird mir nicht auf den Teamsweg... Ja, jetzt ist er weg. Ja, Leute, jetzt haben wir hier das Minecraft-Bild, ne? Bis gleich, Leute. Bis gleich, bis wir wieder gefixt haben. Ah, ich glaube, wir sind wieder da, weil ich hat so ein Internet wieder gefixt. Hey, es lag schon wieder, oder? Ja, weil ich die Viecher töte. Nein, es lag das Internet schon wieder. Wie geht's WLAN? Nein, kann nicht sein! Okay, bei mir... Das ist der Server. Okay. Ja, weil die Viecher einfach übel kosten, Alter, wenn die Schaden bekommen. Richtig, die Wichser. Siehst du, jetzt hört es langsam auf. Aber krass, dass der Server schon abkackt bei 5 Villager. Schön hier, ne, Tim? Ja, das ist echt schick. So, dann gucken wir mal den 3 zu. Nicht mehr hier rausspielen. Ja, gut, also ich habe auf jeden Fall 36, äh, ähm, 36er Ping, meine ich. Nur immer, wenn das so ruhig ist, dann denke ich, das war ein Internet-Hankkack oder ein VLAN. Nein. Nein! Mann, ich war da oben drauf! Junge! Ich war da oben drauf, Alter. Ich war einfach da oben drauf. Ich krieg hier richtig die Aggression, Alter. Das höchsten Grades einfach. Du machst das aggressiv, wie der da oben einfach steht. Ja, ich guck dir zu. Ja, aber das war drastend Aggressiv. Und einfach da oben, Niklas, jetzt am Baut. Das ist ja witzig, wenn Rack schon den dritten Schwung nicht geschissen bekommt, obwohl er schon dann eine Hilfe hat. Ja, Mann, ist so, Junge. Das ist... Das ist schon... Wo sind denn hier die O-Guard-Treppen, Alter? So eine Scheiße. Niklas, wir wollen doch jetzt nicht bauen. Ah, ja, ich... Also, ich... Ich baue auch nicht. Ich baue mir ja etwas, wo ich drauf sitzen kann. Nee! Junge! Mann! Wie hat denn der das jetzt verschissen? Schafft! Jetzt bin ich noch am Absacken. Das regnet gerade den Hammer auf. Jaja, das sind wir in Reik. Der Thron für den King hier, Alter. Tim, willst du nicht hier drauf sitzen und du nimmst auf? Ja, gleich, warte. Keine Fresse, Alter. Bis ich das geschafft habe, ne? Ist ein Jahr vergangen. Alter, meine Fresse. Komm, beim dritten. Ähm, vierten meine ich. Gucken wir mal, Reik, hierzu. So, wir haben uns den Thron eingenommen, ne? Der Boss. Oh. Scheiße, Reik. Das ist ja harsch. Ja, scheiße, wa? Scheiße. Das ist ja leider hart. Ihr hängt dann einfach raus, wie einfach das steht. Mann, macht das aggressiv. Nein, 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 nein. Leute, tut euch sowas niemals an. Echt jetzt. Äh, Leute, tut es euch an. Mein Junge, es gibt nur Herzprobleme, Alter. Mein Puls geht ja richtig hoch. Mann. Mann. Oh. Jetzt hat's Maul. Nee. 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 Nee.